Ja Leute, willkommen zum nächsten Safe Game. Willkommen zurück zu einem sehr besonderen Safe Game. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Sunderland-Doku gesehen habt. Ich habe sie mal begonnen, aber leider nie fertig gesehen. Und zwar haben die auf Netflix eine Doku in der Abstiegssaison, wo sie eigentlich drehen wollten, wie sie es schaffen, wieder nach oben zu kommen. Und schlussendlich hat sie es in der Saison aber nochmal erwischt. Sie mussten nochmal runter. Und ja, man sieht, wenn man es jetzt mit der Doku von Manchester City zum Beispiel vergleicht, ist es eine etwas andere Doku, weil es halt einfach etwas realistischer ist. Bei Man City wird halt alles immer im schönsten Licht dargestellt, bei Sunderland, bei der Doku. So war bisher mein Eindruck, zumindest ist das Ganze ein bisschen ehrlicher, ein bisschen objektiver. Ja, Sunderland ist ein Klub, der lange Zeit in der Premier League war und das auch nicht so unerfolgreich. Und die hat es dann erwischt und wie gesagt, die wollten eigentlich gleich den Wiederaufstieg schaffen. Aber die sind noch weiter runtergerasselt und deswegen waren sie, glaube ich, auch bei den Teams to play dabei, bei unserer Liste, die wir euch im Beginn des FM 2.19 online gestellt haben. Ja, jetzt schauen wir einfach mal rein da. So, und da sehen wir bei diesem Safe Game, genau das war hier die Saison, wo sie abgestiegen sind. Das sollte die Saison sein, die sie wieder nach oben bringt, da mussten sie aber nochmal runter und genau da steigt man dann im FM ein. Und hier wurde gleich geschafft der Durchmarsch eigentlich. Also hier wurde gleich mal der Meistertitel gefeiert, dann hier Tabellenzweiter und Aufstieg. Ja, und hier sehen wir, wie die Mannschaft oben etabliert wurde. Das heißt Platz 10, Platz 4, Platz 5, Platz 5, Platz 3, Platz 5. Und wenn wir jetzt zurückgehen, sehen wir, dass, anscheinend ist das in dieser Aufzeichnung noch nicht dabei, dass sogar ein Meistertitel gefeiert wurde. Wir sehen hier auch schon ein paar Stars, Antonio Marin zum Beispiel oder Leroy Sané, sind scheinbar im Kader. Joshua Wagnermann sehen wir da auch gleich. Ja, ich bin jetzt schon sehr gespannt. Wir beginnen jetzt einfach, gehen wir nochmal da rein. So, von der Premier League aus gehen wir in die League One. Auf die, also na, auf die Übersicht. Und auf die erste Saison. Da sehen wir einen sehr, sehr überzeugenden Meistertitel mit 101 Punkten. FC Portsmouth und Charlton Athletics gingen auch mit drauf. Dann gibt es so auch noch einige Klubs, die man von oben kennen könnte. Coventry war mal weiter oben, wenn ich mich recht erinnere. Genau, da waren sie. Championship. Bradford natürlich. Barnsley könnte man kennen. Ja, FC Blackpool haben wir da auch dabei. Interessante Liga auf jeden Fall und ziemlich deutlich den Aufstieg geschafft. Auch heftig, 46 Spiele da. Ist natürlich auch nicht ohne. Dann das Jahr darauf. Ging es schon in die Championship. Da wurde man zweiter Treibpunkte-Rückstand auf Norwich. Leeds hat auch den Aufstieg geschafft. Finde ich auch sehr cool. Das ist auch so eine Mannschaft, die ich gerne wieder nach oben bringen würde. Also die auch für euch vielleicht interessant ist. Für die Safe Games könnt ihr euch ja überlegen. Und das Jahr darauf ging es dann schon in die Premier League. Dieses Jahr hier Platz 10. Da ist leider Leeds schon wieder erwischt. Aston Villa und Huddersfield auch. Liverpool vor Man City Meister. Ja. Das Jahr darauf gleicht er Platz 4. Abgestiegen Leicester, Preston, North End. Überraschend, dass die oben waren. Und Norwich. Liverpool sehr, sehr deutlich und überzeugend Meister geworden. Nicht schlecht. Ja, darauf wieder Liverpool. Also eigentlich die klassischen Top 6, wenn man jetzt Sunderland rausnimmt. Die anderen Top-Teams sind auf jeden Fall alle dabei. Die Wolves, Huddersfield und Middlesbrough hat es da erwischt. Also auch keine Überraschungen. Sunderland auf der 5. Und damit Euro-League-Platz. Dann haben wir hier. Fulham, Southampton. Southampton, okay. Und Aston Villa hat es erwischt. Sogar vor Manchester United, Tottenham. Rausgerutscht aus den internationalen Rängen. Also auch nicht schlecht. So. Das Jahr darauf. Platz 3. Da sehen wir. Der Rückstand ist ja fast in 10er-Schritten auf Chelsea und auf Liverpool. Burnley, Blackburn und Leeds hat es erwischt. Tottenham wieder nur auf der 7. Wo ist West Ham? Da. Ah, 9, okay. Gut. Liverpool auf jeden Fall wieder Meister. Hier auch wieder Liverpool-Meister. Platz 5. Und das war die aktuelle Saison mit 3 Punkten Vorsprung Meister vor Liverpool. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Jahre so verliefen bei dir. Schauen wir in den Terminplan. Also da sehen wir so einen unterklassigen Pokal um den FA Cup. 11-1 gegen Leighton Orient. 1-0 gegen Wrexham. 2-0 gegen Burton. Gegen Arsenal gab es ein Wiederholungsspiel. Das ging dann 0-3 aus nach dem 1-1 im Hinspiel. Und da 2-5 raus in dem unterklassigen Pokal. Alles in allem jetzt keine aufregende Saison. Vielleicht hier ging es in den Leap Cup gleich früh raus. Erste Runde nach einem Elfmeterschießen. Es waren hier Reading und Crystal Palace. Crystal Palace war dann eine Endstation gegen den Erstligisten. Und dann ging es schon in die Premier League. ein 5-0 gegen Huddersfield. Ein 6-2 gegen Leicester. 1-5 gegen Liverpool verloren. Wie schaut es pokalmäßig aus? Viertelfinale gegen Manchester United im League Cup verloren. FA Cup gut weitergekommen. Da dann erst an Liverpool gescheitert. 0-6 gegen Manchester City. 0-3 gegen Chelsea. Aber alles in allem eine sehr gute Saison mit dem 10. Platz, glaube ich. Dann sind wir hier. League Cup gleich wieder raus. FA Cup Wiederholungsspiel. Da dann wieder ein Wiederholungsspiel. Beide gewonnen. FA Cup dann in der 6. Runde an Chelsea gescheitert. Das Jahr darauf ging es dann schon. Internationalen. Wir haben die Euroleague-Gruppenphase. Saint-Étienne. Das ist jetzt dieses Jahr, wo wir gerade mit dem HSV sind. Also das Jahr, wo die WM im Katar ist. Deswegen ist da der Spielplan dann ein bisschen komisch. Euroleague-Saint-Étienne. 2 Sieger. Valencia 0-4. Rapid 2-2. Dann haben wir nochmal Valencia im Januar. Und wo ist das zweite Rapid-Spiel? Hier 3-0 Sieger. Also da bist du auf jeden Fall weitergekommen. FA Cup weitergekommen. League Cup ausgeschieden. Im Elfer schießen gegen Man City. Real Sociedad. Rausgeworfen in der Verlängerung. Da gibt es dann ja kein Hin- und Rückspiel. 2-0 Sieg gegen Valencia. Halbfinale im FA Cup hast gewonnen. Leider dann... Okay, Viertelfinale gibt es schon wieder Hin- und Rückspiel. Da hast Watford rausgeworfen. Also bist du gar in der Euroleague im Halbfinale. Da hast Lazi Rom besiegt. Die Euroleague und den FA Cup gewonnen. Das ist ja mal sehr, sehr cool. FA Cup im Finale im Elfer schießen gegen Manchester United. Auch nicht so schlecht. Das Jahr darauf. Supercup gegen Liverpool gewonnen. Also Community Shield. Danach den europäischen Supercup gegen Liverpool verloren. Champions League gegen Monaco. Barca und Ajax. Heftige Gruppe. Die ersten beiden Spiele ist verloren. Ajax hast besiegt. Tottenham im League Cup rausgeworfen. Ajax unentschieden. Monaco Niederlage. Und Barca 2-6. Also ich glaube, da ging es nicht weiter. Viertelfinale Arsenal aus dem League Cup geworfen. FA Cup Everton rausgeworfen. League Cups auf Hampton rausgeworfen. Salzburg aus der Euroleague geschossen. 6 zu 0 und 4 zu 4. Alter Schwede, da ging es ab. League Cup mit 3-2 gegen West Ham gewonnen. Dann Standard Lütich rausgeworfen. Tottenham aus dem FA Cup geworfen. Villarreal. Grund der Auswärtstorregel. Leider ausgeschieden. 2 zu 7 gegen die Blackburn Rowers. Auch heftig. Und das Finale dann im FA Cup. Den hast du wieder geholt. Natürlich auch sehr cool. Ein sehr wichtiger Pokalwettbewerb. Also in England hat der Pokal eine viel größere Bedeutung als in vielen anderen Ländern. Community Shield verloren. Euroleague mit Partys an Belgrad. Estoril und Ludogoretz-Rasgrad. Eine relativ einfache Gruppe. Bis auf eine Partie hast du alle gewonnen. Also locker weitergekommen. League Cup ging es früh raus. Gegen Tottenham mit 11 Meter schießen. Dann hast du Belenense als Lissabon rausgeworfen. Und dann Real Sociedad auswärts Tor. FA Cup ist ausgeschieden. Und dann gegen Manchester United. Die haben dich im FA Cup eliminiert. und auch im Viertelfinale der Euroleague. 4 zu 6. Du hast sehr, sehr torreiche Spiele dabei, muss ich sagen. Dann Champions League gegen Real. Anderlecht und Napoli. Also da sollte zumindest der dritte Platz drin sein. Unentschieden gegen Real ist auch eine starke Leistung. Zwei Unentschieden gegen Napoli. Ein Sieg gegen Real. Ich glaube, da bist du sogar weitergekommen. Tottenham FA Cup Wiederholungsspiel verloren. Ja, Champions League weitergekommen. Gegen Fiorentina. Wieder weitergekommen. Gegen RB Leipzig weitergekommen. Gegen Liverpool in der Champions League weitergekommen. 5 zu 3. Champions League Finale 1 zu 2. Gegen PSG verloren. Ah, das tut weh. Ja, und das war jetzt diese Saison hier. Ist jetzt komisch geordnet. Ist jetzt die letzte? Nee, noch nicht. Doch, das war die letzte. Hab mich nur verklickt. Also das ist jetzt die richtige. Da war es dann in der Euroleague. Galatasaray, Rosenborg und Belenenses. Da bist du locker weitergekommen. Pokalwertbewerbe bist auch noch überall dabei. Arsenal aus dem League Cup geworfen. Olympique Marseille in der Euroleague besiegt. League Cup gewonnen. Dann hast Schalke leider gegen Schalke raus müssen in der Euroleague. Halbfinale im FA Cup. Der hat den FA Cup gewonnen. Und das war auch die Premier League Siegsaison. Also sehr, sehr beeindruckend die ganze Geschichte. Mir gefällt es sehr gut. Bin ich gespannt, wie du es transfermäßig so gemacht hast. Wir schauen natürlich, weil jetzt sind wir schon sehr weit im Spiel. Vor allem auf die namhaften Spieler jetzt mal. Peter Crouch hast du geliehen von Stoke. Coole Sache. Okay, da hast du auf jeden Fall sehr viele talentierte Spieler geliehen. Ampadu haben wir mal Propanos haben wir da dabei. Ein paar Junge gekauft. Sebastian Basson. 36 Mal gespielt bei dir. So, das Jahr darauf. Jenkinson vom Arsenal ablösefrei bekommen. Das ist auch kein schlechter Transfer. Wolfwig Jackson von Manchester United. Auch ein ganz gutes Talent. Udo Kai hast du verpflichtet. Möller Deli hast du bekommen. Nicht schlecht. Verkauft hast du da auch immerhin. 3,4 hast du da eingenommen. So, dann sehen wir Daco Todorovic von Salzburg. Antonio Marín. Bin ich noch relativ günstig. 4,5 Millionen im Jahr 2021. Hätte mir gedacht, dass er da schon deutlich teurer ist. Alexis McAllister bekommen aus Argentinien. Dann hast du auch viel in Serbien gescoutet. Dann ein bisschen was in Kroatien, Bosnien. Schon interessant. Jenkinson hast du da abgegeben mit einem Tausch. Hier hast du auch einen Tausch. Ben Pearson. Also da wirst du einen Tausch vereinbart haben. Habe ich jetzt so eigentlich, glaube ich, noch in keiner Transferchronik gesehen, den Tausch. Dominik Solenck. Hier hast du ablösefrei bekommen. Angus Gunn. Starker Torhüter. Guter Mann. Stammspieler bei dir scheinbar. Und einiges eingenommen. 23 eingenommen. 16 ausgegeben. Also ein kleines Transferplus. Dann sind wir Rob Holding hast du verpflichtet. Mason Mount. Ablösefrei. Boah. Also ich glaube ja, in dem nächsten FM wird er noch viel, viel stärker. Also da wird das Potenzial sicher noch höher eingeschätzt. Gendussi hast du bekommen. Thomas Delaney hast du bekommen. Ablösefrei. Also da hast du sehr, sehr gut eingekauft. Und auch da sind es jetzt keine gigantischen Summen. Harry Wink sehe ich da gerade noch auf 27,5. Aber ist jetzt nichts Tragisches, finde ich, gerade für solche Premier League Verhältnisse. Das Jahr darauf Harry Maguire. Boone Neves. Kyle Walker. Mbolo. Eggestein. Okay, da hast du ordentlich eingekauft. Jetzt bin ich auf Eggestein gespannt. Geliehen von der Roma. Interessant. Also er ist ziemlich auf dem Niveau vom HSV-Let's Play, oder? Ich meine, mental ist er stärker. Aber man sieht auch, er ist da nirgendwo so ein wirklicher Knipser. Also vielleicht haben wir zu Recht momentan wieder verliehen im FM. Delaney hast du dann wieder verkauft. Also sehr guter Deal für dich. So, Wagnermann. 30 Millionen vom HSV. Man City, Leroy, Sané. 48 Millionen. Den haben wir hier. Wow. Steven Demers. Für 100 Millionen verkauft. Den hast du anscheinend gut gescoutet. Dann hat er super gespielt bei dir. Jetzt hat er einen Marktwert von 98 Millionen. Niederländischer Stürmer groß gewachsen, körperlich. Aber eigentlich ist er überall stark. Aber körperlich kann man echt hervorheben. Wahnsinn. 46 Fall für Alexis McAllister, den du aus Argentinien geholt hast. Uducai 430 an Udinese verkauft. Gendussi verkauft. Nicht schlecht, also da hast du 229 eingenommen und 179 ausgegeben. André Milero, ein portugiesischer Stürmer. Wow. Weltklasse. Du hast auch einen super Spieler verpflichtet, den du smallmouthern verliehen hast. Große Klasse. Also da hat jemand in Brasilien gescoutet. Ich weiß nicht, ob du sie verliehen hast, um ihnen eine Spielpraxis zu geben. Oder ob es vielleicht mit der Aufenthaltsgenehmigung nicht geklappt hat. Vielleicht kannst du noch dazuschreiben, welchen Brexit du hattest in den Kommentaren. Das wäre interessant. Gabriel Jesus verpflichtet. Rashford verpflichtet. Aaron Martin. Auch nicht schlecht. Ja. Verkauft Eggestein für 33. Achso. Die Schalke hat ihn geliehen. Ich habe mich gerade nicht mitgedacht. Im Bolo verkauft. So Lanky verkauft. Nicht schlecht. Wenn er es da noch bekommen, erkennt man glaube ich niemanden mehr. Das sind dann alles schon New Gens glaube ich. Da ist 100 ausgegeben und 82 eingenommen. Okay. Schauen wir mal auf seine Mannschaft selbst. Also wir sehen ca. ein Viertel Engländer. Wir sehen ein paar Südamerikaner. Wir sehen ein bisschen was aus dem Ostblock. Also Bosnien, Kroatien, Serbien, einige Europäer. Walisa hast du dabei, ein Irländer. Also sehr bunt durchgemischt. Aber der Kern ist England. Und ich glaube jetzt ist das eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Wir sehen vom Alter her, dass du auch viele erfahrene Spielerinnen hast. Also von hier weg nach unten sind die alle 29 oder älter. Da macht es ein bisschen einen Sprung. Und da macht es ein bisschen einen Sprung. Finde ich sehr schön. Du hast drei junge Talente dabei. Dann hast du sehr ausgewogene junge Spieler. Und dann hast du noch einmal sehr erfahrene Jungs. Also das ist sehr ausgewogen. Sieht für meinen Geschmack sehr gut aus. Gut. Jetzt schauen wir mal auf die Taktik. Das ist jetzt interessant. Ein 4-3-3-System mit einem Metzaller. Einem Box-to-Box-Spieler. Einem zurückgezogenen Spielmacher. Sané ist du nach innen ziehend. Marien als Flügelspieler. Einen Stoßstürmer. Spielst Grundausrichtung sehr offensiv. Hohe Defensivlinie, aber tiefe Pressinglinie. Das heißt du machst sie eigentlich auch wieder kompakt. Und in diesem Bereich greifst du dann aggressiver an. Das haben wir schon mal in einem anderen Savegame gesehen. So in der Art zumindest, dass du das ganze Spielfeld eigentlich etwas kompakt hier gestaltest. Finde ich jetzt eine sehr nette Idee. Da alles sehr offensiv. Geduldig spielen, also viel Ballbesitz. Sieht gut aus. So. Schau mal auf deine Torhüter. Da hast du Tobias Lenjoy. Ein Däne. Der mega stark ist. Dazu dann mit Angers Gunner einen englischen Backup. Das finde ich sehr, sehr cool. Der ist eigentlich, kann man sagen, fast gleich stark. Dann noch Schoko. Jede gute Mannschaft braucht Schoko. Marshall Schoko. Hast du den für den Namen verpflichtet? Ist jetzt nicht wirklich gut. Den hast du halt schon ewig in deiner Mannschaft. Bisschen sinnlos. Aber, ja, als dritten Torhüter wirst du ihn wahrscheinlich einfach so drinnen haben. Gibt es vielleicht auch ein bisschen bessere Alternativen, aber egal. Rechts hinten, Joshua Wagnumann. Entwickelt sich typisch für ihn. Den haben wir jetzt eh schon in vielen Savecams gesehen. Mental und körperlich sehr stark. Technisch durchaus mit Potenzial. Aber das wird anscheinend bei ihm auch nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob es das bei jemandem von euch mal so entwickelt hat. Dann erst rechts hinten noch den Todorovic, den Ex-Salzburger. Dort hat er anscheinend nur neun Partien gespielt. Mental und körperlich sehr stark. Technisch ist er eigentlich auch in Ordnung. Flankenwert von 15 ist sehr gut. Schöner Backup, finde ich. Will Smith ist das einer der Jungen? Ja. Gut, der hat richtig viel Potenzial. Den würde ich, glaube ich, auch in der ersten mit trainieren lassen. Und einfach in der U23 zum Einsatz kommen lassen. Das sieht sehr gut aus. Hinges hinten aus den Aromatien. Sehr erfahrener Mann. Offensiv und defensiv schwach eigentlich keine, äh stark eigentlich keine Schwächen, wollte ich sagen. Sehr guter Mann. Bin ich gespannt, wen du da als Ersatz hast. Haas. Munir Haas. Also für 18 Jahre ist der schon unglaublich. Weiter erinnert mich ein bisschen an unseren Fabio. Wo dass der fast noch stärker ist. Also den HSV Fabio. Dann nochmal Hoche. Ja, den hast du hier schon noch nicht benötigt. Verdient natürlich relativ viel dafür, dass du den im Kader nicht brauchst. Und dann haben wir noch ein junges Talent, Paul Marsh. Der ist noch ein bisschen weiter von der ersten Mannschaft entfernt als der andere. Aber auf jeden Fall auch auf einem sehr guten Weg. Innenverteidigung. Pantic. Alexa. Pantic. Körperlich eine Maschine. Mental ein Monster. Technisch. Naja. Aber das ist gigantisch. Schöner Spieler. Den hast du da. Callum. Karamuzis. Burton. Linksfuß. Tolles Niveau. Sieht sehr gut aus. Dazu hast du dann den als Ersatz. Chris Mathem. Obst du den Crystal Math nennst? Würde ich irgendwie ganz witzig finden. Auf jeden Fall. Ja. Sehr guter Backup. Also wenn der mit der Rolle zufrieden ist als Ersatz, dann ist das echt super. Im letzten Jahr in der Meistersaison hat er jetzt bei dir sogar noch 26 Mal gespielt. Also. Richtig stark. Guter Ersatz. Dann hast du noch Holding. Als Ergänzungsspieler finde ich als dritten Innenverteidiger perfekt. Er ist Engländer. Du hast ihn schon lange in der Mannschaft. Das heißt, er ist vielleicht gar nicht so wichtig. Sonstiger Spieler nur. Aber ich finde es auf jeden Fall in Ordnung so, jemanden dann als vierten zu haben. Problem ist ein bisschen das Gehalt, was ich da gerade so gesehen habe. Aber in England kann man sich das glaube ich leisten, so einen teuren Backup zu haben. So. Dann hast du Lara. Wahnsinn. Alter Schwede. Der ist unglaublich stark. 69 Millionen Marktwert. Da sind einige Top Clubs dran. Fällt mir sehr gut. Dazu noch Harry Wings. Trottenham. Sehr stark ist und sich auch gut entwickelt. Das weiß man glaube ich. Dazu noch Jovic. Mario Jovic. Als vorgehender Schobaner Spielmacher würde mir auch ganz gut gefallen. Du hast ihn als Metzala drin. Fast eh gut. Deck dadurch den rechten Seitenbereich. Vor allem weil Sané immer wieder nach innen zieht, ist das sicherlich da nicht so blöd. So. Rub Neves. Mit seinen 30 Jahren als erfahrenen Spieler drin. Das ist halt... Ja, ich finde das super, wenn du so jemanden auf der Bank hast, den du dann immer wieder auch bringen kannst. Oder der problemlos Stammspieler spielen kann. Weil du einfach gut rotieren kannst. Gerade wenn es dir in England so eine hohe Belastung ist mit den ganzen Wettbewerben. Egidio. Er kann die perfekte Metzala-Rolle, also fast da einen perfekten Ersatz für Jovic. Dann haben wir hier einen zurückgezogenen Spielmacher. Ja. Technisch, mental und körperlich unglaublich stark. Und Einländer. Den würde ich versuchen, glaube ich, schon langsam zum Stammspieler zu erziehen. Dann haben wir Smith Rowe von Arsenal. Genau. Hat sich auch super entwickelt. Guter Mann. 26 Jahre. Toller Ersatz, finde ich. Aber den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht anschauen. Haben wir da jetzt gar niemanden mehr fürs Zentrum? Ne. Gut. Dann schauen wir auf die. Also Marien. Seine Qualität wissen wir. Der ging ja im HSV Let's Play zu Chelsea. Ich hätte ihn eigentlich ganz gerne bei uns gehabt. Der kriegt die Weltklasse auf jeden Fall hin in seine Entwicklung. Leroy Sané. Noch immer unglaublich stark. Jetzt ist er da schon 31 und körperlich noch immer der Wahnsinn. Noch immer unglaublich schnell. Jetzt bin ich gespannt. Marcus Rashford. Ist der Stammspieler eigentlich drin? 31 Einsatz, der hat er gemacht. Wir sehen in der letzten Saison viele von der Bank. Euroleague hat er viel gespielt. Gabriel Jesus. Ist eigentlich auch als Stammspieler drin, könnte er problemlos, auch wenn er schon und Anfangszeichen 30 ist. Das ist mächtig stark. Kevin Brown hast du noch auf dem Flügel. Ein netter englischer Backup. Ist denke ich okay, wenn man den hat. Wenn du da aber ein Angebot kriegst, würde ich den auch abgeben, muss ich sagen. Also er ist schon sehr sehr stark, aber gut, er ist halt 23. Die anderen, die hier noch Flügel spielen könnten. Mifro haben wir eben noch gesehen. Würde ich wahrscheinlich gar nicht abgeben. Weil du hast dann mit Jesus und Rashford zwei, die zusätzlich noch im Flügel spielen können, aber die halt auch nicht jünger werden. Und ich glaube, da müssen wir nur noch den Milero anschauen und dann haben wir es. Da haben wir schon gesehen, dass der absolute Weltklasse ist. Premier League 36 Einsätze, 31 Tore. Richtig guter Knipser. Das ist schon schön. Nicht schlecht. Schauen wir mal auf deine Einrichtungen. Fast alles ausgebaut, bis auf den Business-Bereich. Stadion ist hier relativ cool und schön und groß. Also da auch alles gut. Schauen wir mal in die U23. Da ist jetzt nicht so viel dabei. Bei der U18 kommt schon wieder einiges Talentiertes nach. Also das Safe Game gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin schon gespannt, was so eure Meinung dazu ist. Ich finde es schön, dass ein Verein genommen wurde, der in unserer Liste der Teams-to-Play ist. Die Liste selbst findet ihr auf unserer Website. Vielleicht ist da ein bisschen Inspiration dabei. Langsam müsst ihr euch nämlich anstrengen und beeilen, weil in Kürze, ja, es werden sich nicht mehr viele Safe Games ausgeben. Ich habe noch viele E-Mails bekommen während meinem Urlaub, die ich noch abarbeiten muss, wo noch einige Spielstände gekommen sind. Also wenn ihr noch was einschicken wollt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall beeilen. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einsenden. Mir hat es sehr gut gefallen. Bin gespannt, was die Community dazu sagt. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder bei den FM-Videos. Danke Leute, wir sehen uns. Bis dann.